Jetzt hat es funktioniert und vorhin sind die Mädels zu 44er Zeiten gelaufen. Mal schauen, ob sie das jetzt unterbieten können. Wind gerade ganz ruhig hier und wir können ihnen helfen. Genau, mit der 160 Anna Ziegler. Und innen mit der 401 Leonie Rieck. Und Leonie Rieck zur Zeit am besten unterwegs. Ihr könnt auch in der Kurve anfeuern. Jawohl, macht einfach ein bisschen mit. Und Leonie ist vorne, Leonie Rieck. Also, das ist dann doch schon eine kleine Überraschung.